In diesem Video erläutern wir Ihnen, wie Sie das richtige Enphase-Systemprofil für Ihre Ziele auswählen. Zudem zeigen wir Ihnen auf, wie sich IQ Energy Management nahtlos in Ihr Enphase-Energiesystem integrieren lässt. Dabei werden Informationen zu Energietarifen und Prognosen zu Ihrer Energieerzeugung und Ihrem Energieverbrauch verwendet, um Ihnen bei der Maximierung finanzieller Einsparungen oder der Unabhängigkeit vom Netz zu helfen. Ihr Enphase-Energiesystem bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Systemprofil auszuwählen, das Sie bei der Erreichung Ihres primären Energieziels unterstützt. Ihr Enphase-Energiesystem verfügt über eine Vielzahl von Profilen, die automatisch verschiedene Aspekte Ihres Systems konfigurieren, um die von Ihnen festgelegten Ziele zu erreichen. Die Auswahl des Systemprofils kann in der Enphase-App vorgenommen werden. Im weiteren Verlauf dieses Videos wird Ihnen demonstriert, wie diese Auswahl erfolgt. Bitte beachten Sie, dass in Ihrem Land zwei Systemprofiloptionen verfügbar sind, KI-Optimierung und Eigenverbrauch. Die KI-Optimierung zielt darauf ab, die Einsparungen auf der Rechnung zu maximieren, während das Profil Eigenverbrauch die Energieunabhängigkeit maximiert. Das AI-Optimierungsprofil ersetzt das bisherige Systemprofil des Sparmodus. Nach Auswahl des Eigenverbrauchsprofils erfolgt durch das IQ Energy Management eine Voranschaltung für die Nutzung von Solarenergie und gespeicherter Energie aus der IQ Battery gegenüber dem Netzverbrauch. Die Verwendung von selbst erzeugtem Strom ermöglicht Ihnen eine Verringerung Ihrer Abhängigkeit vom Stromnetz und somit eine Steigerung Ihrer Autarkie. Im Eigenverbrauchsmodus wird Ihr Haus hauptsächlich Energie aus der Photovoltaikanlage nutzen. Bei unzureichender Deckung durch die PV-Anlage wird tagsüber Strom aus der Batterie verwendet. Bei einem höheren Strombedarf Ihres Hauses als durch die PV-Anlage und oder die Batterie gedeckt werden kann, wird Strom aus dem Netz bezogen. Der Überschuss an Energie aus der PV-Anlage wird zunächst in die Batterie eingespeist. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, wird die überschüssige Energie ins Netz eingespeist. Bei der Planung von angeschlossenen Geräten wie Ladestationen und Wärmepumpen wird darauf geachtet, dass Solar- und Batteriestrom bevorzugt genutzt werden. Jetzt geht es um das KI-Optimierungsprofil. Das Besondere an der KI-Optimierung ist, dass Sie aus Ihrem Energieverbrauchsverhalten lernt und vorhersagt, wann Sie mehr oder weniger Energie verbrauchen werden. Sie entscheidet dann, ob Sie die Batterie nutzen, um Stromspitzen zu vermeiden, oder ob Sie Energie an das Stromnetz verkaufen, wenn dies in Ihrem Land sinnvoll und unterstützt ist. Die KI-Optimierung kann täglich variieren, da sie auf verschiedenen Faktoren basiert, darunter der voraussichtliche Energieverbrauch, die Solarenergieproduktion und die sich ständig ändernden Import- und Exporttarife. Diese Tarife können entweder auf dynamischen oder auf nutzungsabhängigen Tarifen basieren und sind von dem Land abhängig, in dem sie sich befinden. Bei Vorhandensein eines dynamischen oder zeitabhängigen Tarifs kann der KI-Optimierungsmodus durch Auswahl des KI-Optimierungsprofils genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Batterie zum Laden aus dem Netz sowie zum Entladen ins Netz je nach Land unterschiedlich geregelt ist. Das Aufladen der Batterie über das Stromnetz ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Energiepreise niedrig oder sogar negativ sind. Eine Entladung der Batterie ins Netz ist empfehlenswert, sofern die Energiepreise hoch sind und eine Vergütung für die Einspeisung ins Netz gezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass dynamische oder nutzungsabhängige Tarife nicht in allen Ländern verfügbar sind und die Einspeisung von Energie in das Netz vergütet wird. Des Weiteren sind unter Umständen spezielle Formulare für Ihre Netzbetreiber sowie eine Anpassung Ihrer Zählereinrichtung erforderlich, um Energie aus dem Netz laden oder ins Netz einspeisen zu können. Bei Verwendung des KI-Optimierungsprofils ist zu beachten, dass das System den Energieverbrauch aus dem Netz minimiert und die Solaranlage sowie die Batterie nutzt, um das Haus so weit wie möglich mit Strom zu versorgen. Dies ist der Fall, wenn die Importraten sehr hoch sind. Die überschüssige Solarenergie wird zunächst in die Batterie geladen, bevor sie ins Netz eingespeist wird. Dadurch steht auch dann noch genügend Energie zur Verfügung, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Darüber hinaus werden angeschlossene Geräte wie EV-Ladegeräte und Wärmepumpen im Leerlauf gehalten. Die KI-Optimierung bietet sowohl maximale Einsparungen als auch Umweltvorteile. Ein weiteres Beispiel sind negative Importraten. In diesem Fall erfolgt eine Optimierung der Netznutzung durch das System. Der Energieverbrauch, beispielsweise durch das Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder den Betrieb einer Wärmepumpe, wird erhöht. In Abhängigkeit vom jeweiligen Land erfolgt eine Abschaltung der PV-Produktion, sofern die Einspeisung von Energie in das Netz bei negativen Preisen sanktioniert wird. Im Rahmen der bisherigen Erläuterungen haben Sie bereits einen Überblick über die verschiedenen Systemprofile gewonnen, die im Inphase-Energiesystem verfügbar sind. Im Folgenden zeigen wir Ihnen auf, wie Sie das gewünschte Systemprofil auswählen und den KI-Optimierungsmodus aktivieren können, sofern Sie einen dynamischen oder zeitabhängigen Tarif nutzen. Um Ihr Inphase-Energiesystem so zu konfigurieren, dass die Einsparungen auf der Grundlage von dynamischen oder verbrauchsabhängigen Tarifen optimiert werden, ist es erforderlich, dass Sie einen dynamischen oder verbrauchsabhängigen Vertrag mit Ihrem Versorgungsunternehmen abgeschlossen haben. Wählen Sie nun im Menü den Punkt Einstellungen aus, öffnen Sie die Seite Stromtarife und klicken Sie auf Stromimporttarif hinzufügen. Im nächsten Schritt geben Sie Ihren Tarif ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nachdem Sie Ihre dynamischen oder nutzungszeitabhängigen Tarifinformationen in der Inphase-App eingegeben haben, können Sie im nächsten Schritt das Systemprofil auswählen. Um das gewünschte Systemprofil auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie zunächst Menü aus, dann Einstellungen und schließlich Profil. Bitte wählen Sie nun ein Profil aus, indem Sie auf Bearbeiten tippen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Antippen von Übernehmen. Sie wissen jetzt, welche Systemprofile es im Inphase-Energiesystem gibt, wie Sie die Batterie ins Netz laden und entladen und welche Voraussetzungen dafür nötig sind. Außerdem können Sie Ihre Tarifinformationen in die Inphase-App eingeben und das Systemprofil auswählen, das Ihren Energiezielen entspricht. Viel Spaß mit Ihrem Inphase-Energiesystem und danke fürs Zuschauen.